Fangen wir mal an. Fangen wir mal an erst mal. Du hast heute gesagt, du sagst weniger. Aufgrund mehrfacher Anfrage werde ich dieses Video weniger sagen als sonst. Nein, bitte. Ich fühle mich ja gar nicht motiviert. Ich brauche so einen Kaspar, der mich motiviert. Und warum denkst du da an mich? Der Einzige, der hier zur Verfügung steht. Man nimmt, was man kriegt. Und wenn es der personifizierte Fachkräftemangel ist. Point well taken. Na gut, dann fang doch mal an. Erfreue uns. Wir haben ja schon lange versprochen, dass wir mal so einen kleinen Assembler-Kurs machen. Du hast versprochen. Stimmt, du kannst es ja gar nicht. Ich habe versprochen, einen Assembler-Kurs zu machen. Und da fangen wir heute einfach mal damit an. Das wird eine mehrteilige Reihe, weil ich bin es faul, das alles auf einmal zu machen. Außerdem muss ich immer wieder nachschauen bei den Details. Jede Sendung nur ein Bit. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Ich habe heute mal so ein paar Sachen mitgebracht, um das zu, wie sagt man so schön, zu veranschaulichen, worum es geht. Ich weiß selber noch nicht, wie gut das funktioniert. Aber wir werden es ja sehen. Also was wir hier sehen, ist einerseits hochmoderne Technik, SMD. Also diese SMD-Technik ist von 1969. Also vor allen Dingen die hier. Das ist nämlich ein 7400 TTL-EC. Eines der ersten von Texas Instruments. Gut, die gab es schon. Ich glaube, 76 kamen die raus, die TTLs. Bin ich mir nicht so ganz sicher. 7400 ist ein 4-Nand-Gatter, genau. Erstaunlicherweise in einem Gehäuse, was auch als SMD gelötet wurde. Nämlich die Beinchen wurden abgeschnitten und dann hat man das auf die Platine gelötet. Das sind ja keine Through-Hole-Beinchen. Das sind ja so ganz dünne, vergoldete Plättchen. Und dann ist man irgendwann auf die Idee gekommen, das kann man auch größer, klobiger und mit Beinchen machen. Ganz komisch. Und dann irgendwann ist man wieder auf die Idee gekommen, das könnten wir auch als Kleiner in SMD machen. Aber gut, keine Ahnung wieso. Die Dinger findet man oft in so Military- und Raumfahrtanwendungen. Wahrscheinlich haben die sich sehr zuverlässig löten lassen mit den langen Beinchen. Vibrationsfest und so. Was weiß ich. Details gibt es ja in meinen Logikfolgen dann so Nand-Gattern. Bestimmt, bestimmt. Selbstverständlich. Da sind nur ganz wenige Transistoren drin. Also so ein Nand-Gatter braucht glaube ich vier Transistoren oder sowas. Zwei Eingänge nannt. Kann man bei Wikipedia unter Transistor-Count nachgucken. Da steht es alles drin. Habe ich auch mal gemacht, habe ich aber wieder vergessen. Also da sind wie gesagt bloß vier, fünf Transistoren pro Gatter drin. Das ist nicht wirklich viel. Was wir dann noch haben, ist hier so eine Experimentierplatine. Da komme ich dann auch gleich noch dazu. Da sieht man eine Zahl drauf und eine Leuchtdiode. Und die nächste Eskalationsstufe ist dann dieses kleine Sammelsurium an Elektroschrott. Das wird eigentlich erst interessant, wenn man es näher anguckt. Da sind ja schon mehr Transistoren drin. Das hier ist ein Intel P4004. Der berühmte. Der berühmte erste Mikro-Prozessor mit 4-Bit-Datenbreite enthält insgesamt 2300 Transistoren. Dann haben wir ein 8008. Das ist der gleiche in 8-Bit. Dann haben wir ein 4040. Das ist quasi ein aufgebohrter 4004 mit Interrupt-Fähigkeiten. Den kannte ich jetzt nicht. Ja, und das ist nur so ein Bus-Controller. Das ist jetzt nicht wichtig. Der steckt hier nur drin, weil ich ihn nirgendwo anders habe hin tun können. Das sind zwei kleine E-Proms. Ein 1702, 256 Byte. Und ein 2708 mit einem Kilobyte. Hier sind dann so ungefähr 1024 Transistoren drin. In diesem E-Prom. Beim E-Prom reicht für einen Speicher-Bit ein Transistor. Also, weil der speichert das ja unter einem isolierten Gate. Also ein MOSFET. Da reicht dann einer. Und natürlich eine Handvoll Transistoren für die Dekodierung. Aber wichtig, mir ging es eigentlich hier um den kleinen Kollegen hier, der mittlerweile auch sehr teuer und sehr wertvoll ist und sehr selten. Wenn ihn nicht der Bauer gerade zersägt. Abschleift. Abgeschliffen hat er. In einem Anfall von geistiger Ohnmacht. Es war tatsächlich wohl Ohnmacht. Ohnmacht. Ja, wenn du noch weiter vom Bild weg bist, wird es noch kleiner. Ja, ich kann ja mal näher dran gehen. Kannst du das auch hin? Wenn du es jetzt nicht so schräg hältst, dass es nicht, ja, jetzt, es ist zwar nicht sehr groß, aber das Problem kennst du. Ja, die Größe ist nicht entscheidend. Es kommt drauf an, was drinsteckt. Übrigens, zu den Speichern haben wir mal ein extra Video gemacht. Das findet ihr. Ja, das kann man sich immer wieder angucken. Die sind nämlich sehr hervorragend, diese Videos. Ja, es reicht schon, wenn du den so lang hochhältst. Also, ja, mehr kann ich auch nicht. Gut, dann fangen wir mal mit den Grundlagen der Assembler-Programmierung an. Als kleines Kind fängt man ja an zu zählen. Da hat man so eine Kugel Eis und zwei Kugeln Eis und acht, neun, zehn. Und wenn man zehn Finger hat, Digits in diesem Falle, also rein lateinisch, hat man sich irgendwann ausgedacht, dass man halt in einem Dezimalsystem arbeitet. Also mit zehn pro Stelle, eine Wertigkeit von zehn. Dann kam irgendwann die Digitaltechnik und dann hat man festgestellt, das ist eigentlich scheiße. Hätten wir ja bis 1024 zählen können mit zehn Fingern. Den Sprung musst du, glaube ich, jetzt noch... Eins, zwei, drei, vier... Entschuldigung. Bis vier konntest du eigentlich nicht bis drei zählen. Ja, ja, bis drei konntest du, das ist auch schwierig. Das ist ein bisschen unhandlich, aber hätten wir viel effizienter ausnutzen können, die Finger. Selbstständig gibt es da eine super Folge von mir zum Thema Binärzähler selbst gebaut. Ja, ja, er wusste nicht, was er tat, aber er hat es ihm gekriegt. Aber ich habe ein Video draus gemacht. Genau. Und wenn man das halt digital macht, da habe ich hier mal ein Beispiel mitgebracht, dann sind die Wertigkeiten nicht wie bei der Dezimalzahl zehn, also einer Zehner, Hunderter, Tausenderstelle, sondern halt einer Stelle, Zweierstelle, Viererstelle, Achterstelle, Sechzehner, 32, 64, 128. Und in Summe gibt es 256 Möglichkeiten für acht einzelne Bits. Und damit wäre man dann eigentlich auch schon in der Zahlendarstellung, die so ein Prozessor verarbeiten kann. Zumindest ein 8-Bit-Prozessor. Der hat halt acht Bits mit unterschiedlichen Wertigkeiten. Das ist ein Byte, wollte ich so sagen. Das ist dann ein Byte, genau. Das steht auch hier auf diesem Bedienterminal. 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 und so weiter, 2 hoch 7. Die kann man dann zusammenzählen. Und als Mensch hat man natürlich dann gewisse Probleme, wenn man jetzt hier irgendeine Zahl einstellt, das dann umzurechnen, weil man ja halt nur gewohnt ist, im Dezimalsystem zu rechnen. Aber dafür hat man sich dann irgendwann Rechenknechte ausgedacht. Man kann ja binäre Operationen ausführen. Man kann zwei Bits miteinander verknüpfen. Da gibt es dann die Und-Verknüpfung und die Oder-Verknüpfung und die Exklusiv-Oder-Verknüpfung. Invertierung von einem Bit. Genau, alle jeweils noch invers. Und im Prinzip kann man jedes Gatter aus einem Nord-Oder-Nend-Gatter zusammenbauen. Genau. Und damit hat man dann irgendwann auch festgestellt, man kann damit auch addieren. Dazu gibt es, habe ich heute nicht direkt mitgebracht, auch einen Volladdierer. Das ist eine Ansammlung aus einer Handvoll Gatter. Also eigentlich auch nur eine Ansammlung aus einer Handvoll logischer Verknüpfungen. Die ist in der Lage, Binärzahlen zu addieren. Und wenn man jetzt eine von diesen beiden Binärzahlen invertiert und die dann addiert, dann ist es quasi schon eine Subtraktion. Kann man alles nachlesen, möchte ich heute im Detail jetzt nicht erklären. Würde zu weit führen. Du erklärst aber vieles nicht heute. Kommt ja noch langsam. Dann haben wir also logische Verknüpfungen. Wir haben Addition, wir haben Subtraktion. Was man jetzt noch binär machen kann, ist, dass man eine Schiebeoperation macht. Also Bits nach links oder nach rechts schieben. Das käme im Prinzip einer Multiplikation mit 2 oder einer Division durch 2 gleich. Wenn ich also die Zahl 1 um 1 verschiebe, dann mache ich daraus die Zahl 2. Wenn ich die wieder um 1 verschiebe, mache ich die Zahl 4. Das ist immer eine Multiplikation mit 2. Das kann man sich alles mit Gattern aufbauen und irgendwann war es dann aber auch zu lästig. Und da hat sich jemand ausgedacht, da könnte man ja ein IC draus machen. Und dieses IC heißt 74181. Davon habe ich jetzt mal zwei hier. Die hast du uns mitgebracht. Die habe ich euch mal mitgebracht. Die laufen auch schon. Und diese 74181 sind eigentlich der Vorläufer von einem Mikroprozessor. Nämlich ein Teil davon. Eine Alu. Eine Arithmetic Logic Unit. Ich habe mal den Schaltplan eines 74181 mitgebracht. Also man sieht, es ist nicht wirklich viel drin. Es ist nur eine Anhäufung von ein paar Standardgattern. Und es ist auch so gezeichnet, dass es auf der linken Seite reingeht und rechts rauskommt, die Information. Also links hat man einen Kanal B, B0, B1, B2, B3 und einen Kanal A, A0, A1, A2, A3. Also zwei 4-Bit-Werte quasi. Und auf der rechten Seite kommt ein Ergebnis F raus. F0, F1, F2, F3. Also auch ein 4-Bit-Wert. Und da oben kommen noch mal ein paar Steuersignale raus. Ein Carry, also ein Rechenüberlauf. Eine Information, ob das Ergebnis 0 war. Eine Information, ob A und B gleich sind. Ah, das ist dann das Zero und Equal Flag, was man dann auf Assembler-Ebene wahrscheinlich... Genau, da kommen wir dann dazu. Ah, er hat den Faden begriffen. Das ist gut, der Mann. Gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Man nennt sich ja auch Ariadne. Ja, ja, die, die immer den Faden verloren hat. Ja, genau. Oder nicht mit der verwechseln, die man in den Weltraum schießt. Oder war das Ariadne? Das war die Ariadne. Okay. Du versuchst immer, mich rauszubringen, aber es gelingt dir nicht. Doch. Das ist ein 4-Bit-Rechenwerk. Und dann war man gleichzeitig schlau von Texas Instruments und von anderen Herstellern, die das hergestellt haben. Die haben sich gedacht, mit 4-Bit kann man ja nicht viel rechnen. Also der maximale Zahlenraum mit 4-Bit ist von 0 bis 15. Das ist jetzt nicht gerade wirklich viel. Oder von minus 7 bis plus 7. Was auch nicht gerade wirklich viel ist, wenn man es signed macht. Aber man sieht auch hier, da gehen schon Leitungen raus, nach oben. Also es geht nicht nur links rein und rechts raus, sondern es geht auch nach oben. Da kommt dann der nächste ran. Da kann man also mit einem Baustein kann man mit 4-Bit rechnen. Mit zwei Bausteinen, die kann man kaskadieren, rechnet man mit 8-Bit. Und schon in den 70er Jahren hat man aus diesen Rechnern, als es noch keine richtigen Prozessoren gab, die man hätte verwenden können, 32-Bit-Rechner gebaut. Und dann kommen wir zu dem Punkt. Können wir jetzt etwas programmieren? Ja, wir können jetzt mal was programmieren. Wir haben jetzt hier zwei von diesen 74 181, also zwei Alus, kaskadiert. Und wir haben ein paar Flipflops als Logik. Flipflops, da gibt es ganz tolle Beiträge auf diesem Kanal. Zum Thema, wie funktionieren Flipflops? Ich bin stolz drauf. Auch die Selbsterkenntnis, dass man es immer irgendwie nett versteht. Hier gibt es auch Speicher. Ich habe nämlich das Problem, ich habe jetzt als Bedienung hier nur eine 8-Bit-Tastatur und als Anzeige nur ein 8-Bit-Register-LEDs. Ich habe aber hier zwei 8-Bit-Werte, die ich hier in diese Alu reinschicken muss. Das ist ja fies, ne? Das macht man denn da bloß. Und diese Alu hat ja verschiedene Funktionsmodi. Die kann also addieren, die kann subtrahieren, die kann inkrementieren und so weiter und so fort. Und jetzt kann ich zum Beispiel zwei Zahlen addieren. Nennen wir mal zwei 16-Bit-Zahlen. 42. Das nervt jetzt. Das sind also 128, 64, 32 und dann haben wir noch 8 und 2. Set. Was hätten wir noch dazu? 23. Das nervt schon irgendwie. 32, 16, was fehlt da noch? 7, ne? Ja, also 4 und 2 und 1. Das hier. Addieren wir mal. Jetzt haben schon alle den Taschenrechner rausgeholt. Da muss 65 rauskommen. Und schauen wir mal, was leuchte. Ich kann es von hier gar nicht sehen. Ob du wirklich richtig stehst. 64 und 65, ja? Siehst du, wenn das Licht angeht, ne? Wie der Volksmund oder Kindermund. Ob du richtig stehst, sagt, nee. Ob du recht hast oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Genau, das mit dem richtig stehen, das ist die Tante mit der blauen Pille. Was? Anderes Thema. Wir haben Gott sei Dank nicht die gleichen Jugenderlebnisse. Anderes Thema. 65. Also man sieht, diese ganz einfache TTL-Logik mit einfach mit Gattern, die kann rechnen. Und wenn ich jetzt hier den Modus verändere auf Nummer 4. Ich habe das vorher mal ausprobiert. Es prellt ein wenig. Moment, Modus. Achso, das ist der. Das ist der Rechenmodus, in dem die Alu rechnet. Ich hatte jetzt eben den Addiermodus eingestellt. Jetzt habe ich den Subdrahiermodus eingestellt. Also wenn ich jetzt von den 65, möchtest du irgendwas abziehen? Zieh mal was Einfaches ab. Also 16 oder so. Das kannst du sich jetzt einfach... 65 minus 16. Jetzt haben wir ja schon alle den Taschenrechner rausgeholt. Das wären jetzt 16 und 1. 17. 65 minus 16. Nee. Habe ich mich da... Ah, nee, halt, da ist ja noch einer. Er hat es versucht. Ja, 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 ja. 32 und 16 sind... 48 plus 1, 49. Und das ist korrekt. Mie. Also bing eigentlich. Ja, blöd. Von hier sieht man, die LEDs sind gut. Also ich gebe dir unangenehmerweise gerne recht. Die Helligkeit ist scheiße von den LEDs. Die sind halt auch sehr alt. Das sind halt keine Cree oder sowas. Da habe ich gerade eine LED-Folge online gestellt und könnte dir vielleicht bei guten LEDs aushelfen. 5 Millimeter mit rundem Gehäuse? Ja, in verschiedenen Farben. Die sind aber nicht original. Was man übrigens auch sieht, hier sind noch so ein paar Leuchtdioden. Das Ergebnis war nicht Zero. Hast du eigentlich... Oder habe ich da wieder gepennt? Das passiert mir manchmal so nah kollapsiv, wenn du redest. Die Platine hast du nicht extra erklärt, oder? Welche Platine? Oder dieses ganze System, weil das ist doch... Das ist nur so ein Demosystem. Das ist ein Demosystem, um anschaulich, also unseren Zuschauern jetzt hier in diesem Falle und dir vielleicht auch. Vielleicht lernst du auch nochmal irgendwas dazu. Keine Ahnung, du kannst mal das erklären. Das ist ein Demosystem für diese 74 181. Habe ich mal in einem berühmten Aktionshaus zufällig gekauft. Ich weiß nicht, wer es hergestellt hat. Zufällig. Zufällig. Es steht auch nicht drauf. Ich habe auch keine Unterlagen dazu. Habe auch mühsam mit den Tasten rumprobieren müssen. Gott sei Dank sind es nur drei und ein Schiebeschalter. Interessant wäre, wenn es jetzt noch weiter ginge, ob es da noch so einen Anbausatz gibt. So, jetzt haben wir noch einen Adresszähler und jetzt haben wir noch... Ja, könnte man natürlich machen. Also man könnte, gibt es... Ich weiß nicht, ob es das gibt, weil ich ja nicht weiß, wer es hergestellt hat. Sagte ich das schon? Hört er mir zu? Nein, hört mir nicht zu. Was hast du gesagt? Was habe ich gesagt? Ich höre mir ja selber nicht zu. Ja, aber es wird nicht funktionieren, weil zum Beispiel das Eintakten ins Schieberegister über den Taster stattfindet. Das kann ich dir nicht automatisieren. Ich habe nicht vorgesehen, das anzureihen. Nein, nein. Weil das wird schon dazu einladen, da modulweise... Ja, da könnte man einen richtigen Prozessor das. Einen richtigen Prozessor. Also, falls sonst jemand weiß, wo der Spaß herkommt... Wäre interessant, ja. Das wüsste ich gerne mal. Also, vielleicht kommt einem das auch bekannt vor hier. Gehört auf jeden Fall zusammen. Und es funktioniert noch. Und die ECs sind von, um den Richtwert zu haben, von 1983. Please proceed. Äh, was? Ein bisschen was fehlt ja noch zum Rechner, ne? Also, wenn wir uns jetzt mal den hier angucken. Der kann ja schon mehr. Der zeigt ja auch was an. Und der kann aber auch plus, minus. Aber eben nicht mal und geteilt. Könnte ja auch, wenn man ihn programmiert. Und das ist auf jeden Fall mal das Herz eines Mikroprozessors. Und wenn man das verstanden hat, versteht man auch so ein bisschen die Funktion von Assembler. Also, das erkläre ich ja nicht, weil ich sonst nichts zu tun hätte, sondern es ist ja eine gewisse Grundlage für Assembler. Weil Assembler ist eigentlich sehr primitiv. Assembler nutzt in seinen Grundfunktionen die Funktionen von diesen beiden Bausteinen. Zumindest bei einem 8-Bit-Prozessor. Jetzt stöpseln wir das mal ab, weil das brauchen wir jetzt gerade nimmer. Mache bitte keinen Kurzschluss mit dem guten Konrad-Netzteil. Hast du einen Dienst getan? Brav. Braves Gerät. Der nimmt es dann wieder am Kabelpeitsche. Am Schwanz ziehen. Der 4004, der würde ja quasi mit einem 8-Bit, mit einer 8-Bit-Alu auskommen. Moment, der 404 ist doch 4-Bit-Alu. Es ist ja eine 4-Bit-Alu. Ja, ja. Entschuldigung. Ich habe mich versprochen. Mein Fehler. So. Das war jetzt mal das eine. Also, die Alu hat man schon. Jetzt schaust du mal, wie dir das Blatt Papier so ein bisschen auf... Schreibst du auf den Kopf oder was? Ich schreibe auf den Kopf. Ja klar, schreibe ich auf den Kopf. Also, die Alu zeichnen wir im Allgemeinen so. Da gehen zwei Werte rein und ein Wert kommt raus. Das ist fast schon ein Aluhut. Der war richtig gut. Kannte ich noch nicht. Hätte von mir sein können. In die Alu gehen ein paar Steuersignale rein, die der Alu sagen, was sie machen soll. Also, soll sie addieren, soll sie subtrahieren, soll sie dekrementieren, soll sie inkrementieren, soll sie Bit-Shiften und so weiter und so fort. Es gibt in jedem Prozessor... Das reicht ja noch nicht. Irgendwie ist das ein bisschen wenig. Also, ich habe zwei Werte und da kommt ein Ergebnis raus. Ich will ja auch ein Programm ablaufen lassen in so einem Prozessor. Also brauche ich noch ein Register, was mir meine Ergebnisse verarbeiten kann. Wo der ganze Spaß nachher rein soll. Den nennen wir mal Akku. Akku ist, kann man auch nachschlagen, der Akkumulator. Das ist quasi das Sammelregister für Ergebnisse. Gibt es eigentlich bei jedem Prozessor. Manchmal heißen sie unterschiedlich. Es gibt auch Prozessoren, die nennen ihre Register Data Register oder wie auch immer. Die haben mehrere Akkus, die haben größere Akkus, die haben kombinierte Akkus. Z80 hat zum Beispiel einen Akku A und einen B noch dazu. Ich kann den auch irgendwie kombinieren und 16-Bit-Werte verarbeiten. 16-Bit-Prozessoren sind da sowieso ein bisschen breiter. Aber grundsätzlich hat jeder Prozessor eine Alu und das Ergebnis, der Alu geht in den Akku. Und was natürlich Sinn macht, ist, dass auch der Akku wieder in die Alu eingespeist werden kann. Dann habe ich noch ein paar Hilfsregister in den meisten Prozessoren. Reden wir jetzt mal von dem Junior Computer, von dem Elektor Junior Computer, der n6502. Den habe ich deswegen gewählt, weil er so schön einfach ist. Der hat nämlich neben dem Akku eigentlich nur noch ein 8-Bit-X-Register und ein 8-Bit-Y-Register. Und alle diese Register gehen auf den Datenbus. Er ist gestern stundenlang da gehockt und hat auf den Kopfschreiben geübt. Extra für euch. Ich kann Werte austauschen zwischen Akku und X und zwischen Akku und Y und zwischen Akku und Alu. Und das geht natürlich dann auch wieder irgendwie auf den Datenbus. Das heißt, ich habe also einen Datenverkehr zwischen Alu, zwischen X, zwischen Y und zwischen Akku. Ist jetzt ein bisschen blöd gezeichnet, weil... Also ich denke, da könnte es nachher Kommentare geben, soweit ich weiß. Darfst du mich auch gerne korrigieren, aber wir diskutieren das jetzt. Du kannst mit dem Akku quasi alles machen. Also AD und Subdrahieren vergleichen. Genau. Aber du kannst nicht mit X und Y jeweils alles machen. Da wäre ich jetzt nicht 100%. Nein, das kannst du auch nicht. Ich glaube, es gibt kein CPX. Es gibt bloß ein CMP. Ich muss die Sachen erst in den Akku laden und kann sie dann bearbeiten. Ja. Beim 65.0. Deswegen wollte ich nur kurz überlegen, ob die Darstellung korrekt ist. Ist vielleicht nicht hundertprozentig korrekt, aber ich muss dazu sagen, ich habe sie mir jetzt nicht hier irgendwo abgemalt. Ich habe sie mir nicht runterkopiert. Ich mache das jetzt mal so aus dem Kopf. Ich will bloß den Kommentaren vorbeugen. Ja, das ist super. Der Sinn ist, zu schleifen kommst du später, oder was? Dann möchte ich jetzt nicht spoilern. Schleifen? Ja, weil... Wir machen ein Schleifchen drum. Ja, ja. Aber wir machen auch Schleifen. Ja, ja. Für die Schleifen brauchen wir ja erst mal noch ein anderes Register. Also jetzt haben wir ja bloß Datenregister. Dann gibt es ja irgendwo einen Speicher. Da steht ein Programm drin. Ja, wir befinden uns hier auf dem Speicher. Fast. Wie schon kluge Kommentatoren bei meinem Speicher gesagt haben, das sei ein nichtflüchtiger Speicher. Dafür ist es hier ein knarzender Speicher. Wir haben hier ein Memory. Leute, die Cats gesehen haben, können da ein Lied davon singen. Okay. Dieses Memory, also dieser Speicher, wird angesprochen über Adressen. So ein Speicher ist quasi wie so ein Hochhaus. Da werden die Zimmer nummeriert von 0 bis 1024. 1024 ist ganz oben, 0 ist ganz unten. Und in jedem Zimmer wohnt ein Typ drin, der irgendwie sich eine Zahl von 0 bis 255 gemerkt hat. Das ist quasi der Arbeitsspeicher. Und der Programmspeicher ist im Prinzip der gleiche. Der ist jetzt bei dieser Form von Prozessor, also beim 6502, genau gleich angeschlossen. Auch über Adress- und Datenbus. Das sind halt unterschiedliche Speicherbereiche. Wenn man ganz fies ist, benutzt man einen Teil des beschreibbaren Speichers auch als Programmspeicher. Beschreibt den dann, springt dann da rein, kann dann das Programm, während es läuft, verändern. Self-Modifying-Code und so Sachen. Ganz fiese Sachen sind da möglich. Es gibt aber auch Prozessoren, die haben streng getrennte Programm- und Datenspeicher. Wollte ich gerade den 8051 reinwerfen. Da kann man das nicht. Da kann man gerne mal nachgucken unter von Neumann Architektur und wie heißt der? Harvard. Harvard, genau. Da, wo ich nie studiert habe. Ach, nicht? Was machst du hier? Gut. Aber das ist ja jetzt noch nicht vollständig. Jetzt haben wir hier den Speicher. Der kann also einen Datenaustausch mit der Alu und mit dem Akku, mit den Registern machen. Wir brauchen hier noch ein Register. Das nennt sich PC. Das ist nicht politically correct. Das ist auch kein Personalkomputer. Das ist schwierig auf den Kopf zu malen. Ne, so rum. Entschuldigung. Jetzt reicht's. Das nächste Mal machen wir es doch mit iPad. Die Leute haben übrigens immer gefragt, wo man das schöne Tablett kaufen kann, was ich gerne benutze. Ich sage immer, go to Apple als Antwort. Komischerweise kommt da nichts mehr. Also wir haben ein Programm-Counter. Und was hast du? Ach, 16-Bit. 16-Bit. Ja, das ist ja fantastisch. Der Datenbus ist ja nur 8-Bit. Und der Programm-Counter ist 16-Bit. Das heißt, ich kann also Adressen von 0 bis 65.535 adressieren. Bei diesem Prozessor? Bei diesem Prozessor. Nicht unbedingt theoretisch praktisch notwendig. Nein, es gibt Prozessoren, die haben bloß 12-Bit-Adressbus. Es gibt Prozessoren, die haben 24-Bit-Adressbus. Es gibt x86-Prozessoren, die haben Index-Adressbus mit Doppelpunkt und ganz komisch verschoben. Das blickt keiner mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Ist auch völlig egal. Also wir haben ein Register, einen Speicher, der enthält einen 16-Bit-Wert, der eine Adresse repräsentiert. Und dann haben wir noch ein Register mit 8-Bit. Das nennt sich, nennen wir mal S. Das ist das Statusregister. Da sind zum Beispiel so Sachen drin wie Carry oder Zero. Du kannst es auch kurz umdrehen. Nee, ist umgekehrt. Ist falsch, ne? Ich habe nicht geschaut. Auf die Entfernung lese ich nicht. Egal. Da speichert sich der Prozessor ab, ob das Ergebnis einer Operation zum Beispiel einen Übertrag erzeugt. Also wenn ich zum Beispiel eine 255 und eine 255 addiere, dann passt das ja nicht mehr in 8-Bit rein. Dann gibt es einen Übertrag. Dann wird das Carry-Bit gesetzt in diesem Statusregister. Und dann haben wir noch ein 16-Bit-Register oder ein 8-Bit-Register. Je nachdem, was für eine Prozessor-Architektur ich habe. Das heißt SP. Das ist der Stack-Pointer. Boah, jetzt steigen wir aber ganz tief ein. Also jetzt haben wir eigentlich schon alle Komponenten, die so ein Prozessor eigentlich bedienen muss. Wobei dieses Memory, muss man dazu sagen, das ist außerhalb des Prozessors. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen blöd gemalt. Aber der Zugriff ist halt wichtig in diesem Fall. Ja, das lassen wir gelten. Ich habe also einen Speicher. In dem Speicher ist ein Programm drin und da können Daten abgelegt werden. Dieser Speicher ist über einen Datenbus mit dem kompletten Prozessorsystem verbunden. Ich kann Daten in den Akku laden. Ich kann Daten in die Alu schieben. Ich kann Daten direkt vergleichen, indirekt vergleichen. Ich kann Hilfsregister belegen. Ich habe einen Programm-Counter, der dem Prozessor letztendlich sagt, an welcher Stelle im Speicher er gerade steht. Und ich habe einen Stack-Pointer, der dem Prozessor letztendlich sagt, wenn ich eine Subroutine angesprungen habe, wo ich meine Daten wiederfinde, meine Adresse wiederfinde, die ich dann beim Rücksprung aus der Subroutine wieder brauche. Also dieser Stack-Pointer ist ein bisschen komplizierter. Man kann ohne den Stack-Pointer programmieren. Interessanterweise, wenn wir jetzt den 4004 angucken, den wir hier haben. Der hat überhaupt keinen Interrupt. Der hat überhaupt keine Möglichkeit, in Subroutinen zu springen. Der Interrupt? Er hat nichts. Interrupt haben wir jetzt weggelassen. Interrupt haben wir auch noch weggelassen. Aber er hat keine Subroutinen. Der hat irgendwie gar nichts, was man wirklich brauchen könnte. Er hat noch ein paar Register. Er hat übrigens mehr Register als die 6502. Er sollte ja rechnen. Genau, er sollte nur rechnen. Und er hat genauso viele Register, dass er alle binären Stellen des damals produzierten Tischrechners in Binary-Coded-Dezimal belegen konnte. Okay, Binary-Coded-Dezimal, ja. Binary-Coded-Dezimal heißt, ich benutze zwar Binärzahlen, die haben aber nur die Werte zwischen 0 und 9. Und die nächste Stelle hat dann wieder die nächste Binärzahl, die dann auch wieder nur den Wert von 0 bis 9 hat. Und wenn ich jetzt 999 nehme, dann wird das wirklich als 999 dargestellt. Also ein Nibbel, für alle, die meine Digitalfolgen natürlich noch auswendig können, geht dann nicht bis F, sondern bis 9. Bis 9, ja. Jetzt haben wir wieder tolle Kommentare. Sie müssen nur den Nibbel durch die Alu ziehen. Den Nibbel durch die Lasche ziehen, genau. Hätten wir jetzt im amerikanischen Fernsehen, dann hätte man ein Nibbel gesehen und wären wir sofort R-Gerated. Ja, das hätte dann wahrscheinlich ein Nibbel-Gate gegeben. Das Nibbel-Gate ist aber in der Alu. Ich bin gespannt, was der YouTube-Algorithmus macht. Vor allem die Transkriptionsfunktion, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also wenn es da Fragen gibt, ich erkläre das natürlich hier alles recht hemmsärmlich. Es ist auch nicht hundertprozentig korrekt vermutlich. Aber da befinde ich mich ja in zahlreicher, wenn auch nicht guter Gesellschaft. An dem Satz hast du lange geübt, oder? Der kam aber flüssig raus. Lass mal, programmier doch mal was. 6502 hat einen Akkumulator. Ich habe das hier mal eingestellt mit Adresse 200. Also der Junior-Computer zeigt hier jetzt zum Beispiel mal in den ersten vier Stellen die Adresse. Das ist nämlich quasi der Inhalt des Program-Counters. 0200. Und die nächsten zwei Stellen, A9, ist der Dateninhalt des Program-Speichers. A9. Das klingt nach einer Autobahn. Klingt nach einer Autobahn. Ich stand gerade auf der H8 zweieinhalb Stunden im Stau. Aber egal. A9 heißt Lade-Akkumulator. Und da wären wir eigentlich schon genau bei diesem Bild. Weil Lade den Akkumulator. Muss ich natürlich dem Programm auch noch sagen, mit welchem Wert. Das ist ein sehr guter Einwand. Gefällt mir. Dann nehmen wir mal die nächste Stelle. Dann sind wir hier auf Adresse 201. Und dann sagen wir jetzt mal den Wert 55. Und dann suchen wir uns mal eine mathematische Funktion raus. Also ich würde jetzt den Ad-Befehl nennen. Ad-Carry. Ad-C. Oder mit Carry oder ohne. Ja, au. Das ist, am. Ich liebe es. Kann man hier mal sehen. Also das ist jetzt hier so ein Assembler-Befehl. Und da haben wir auch gleich den Unterschied zwischen Assembler und Maschinensprache. Also Leute, diese Diskussion ist so sinnvoll wie ein Loch im Knie. Natürlich ist ADC Assembler. Und natürlich ist 6.9 der Maschinensprache-Befehl dazu. Aber es gibt immer eine 1 zu 1 Beziehung zwischen diesem Hexwert und diesem Mnemonic. Ja gut. Also für mich ist es das Gleiche. Klugscheißer wollen was kommentieren. Bitte kommentieren. Macht mich fertig. Also wir addieren mal mit Carry. Dieses Carry ist übrigens dieses Carry aus diesem Statusregister. Ich weiß jetzt nicht, ob das gesetzt ist oder nicht. Wir werden es dann nachher feststellen. Das ist nämlich der Fuck-up, wenn man es in der Realität dann tut. Man sollte es vorher clearen, das Carry. Dafür gibt es nämlich auch extra einen Befehl. Clear Carry. CLC war das früher. Ich weiß nicht, gilt das noch? Ja, das gilt immer noch. Das hat sich seither nicht geändert. CLC, Clear Carry. Boah, I'm so good. Da können wir natürlich jetzt nachgucken. Dann löschen wir das doch erstmal. Dann machen wir es gleich richtig. Clear Carry. Aber das mit dem richtig machen ist was Neues bei dir, oder? Ja, ja. Clear Carry ist die 1,8. 1,8. So, jetzt haben wir also Lade-Akkumulator mit 5,5. Clear Carry. Jetzt können wir guten Gewissens addieren. Addiere Carry immediate, also mit einem festen Wert. 6,9. Also auf den Akku rauf. 6,9. Es wird immer auf den Akku addiert. Ja, ja. Es geht hier nichts anderes. Stating wie ob wir es. Im Prinzip schiebe ich jetzt die 5,5. Die steht schon im Akku, weil ich ja gesagt habe. 5,5 Hex, müsste man übrigens immer dazu sagen. 5,5 Hex, ja. Lade-Akkumulator mit 5,5. Das heißt, der Akku, der hat dann die 5,5. Die 5,5 stehen hier hinten schon an der Alu an. Weil im Prinzip immer ein Abbild vom Akku an dem einen Eingang der Alu stehen. Und jetzt sage ich, addiere einen Wert dazu. Den bringe ich dann an den zweiten Ast vom Akku. Was wollen wir denn addieren zu 5,5? Irgendwas, was das Carry zur Begeisterung bringt. Ja, Carry kann ich jetzt hier nicht abfragen. Ach, machen wir mal eine 1,1. Schauen wir noch mal. Adresse 0,2,0. Lade-Akkumulator 5,5. Clear Carry. Ah, den Befehl nochmal 6,9. Was er jetzt gerade implizit macht. Einige Befehle ziehen als nächstes Byte halt eben den Wert hinter sich nach. Also Clear Carry ist nur ein 8-Bit-Wert. Nur ein Befehl. Wenn load Akku natürlich einen Wert im nächsten Byte stehen haben muss. Data 6,9 addiere. Könnte ein bisschen Hintergrundmusik machen. 1,1. Ihr wollt aber nicht, dass ich es sehe. So, jetzt steht im Akku das Ergebnis. Und das speichern wir jetzt dann noch ab. Store Akkumulator Zero Page. Das ist die 85. Da muss ich gar nicht nachgucken. 8,5 auf Adresse 10. Und dann machen wir einen Break. Das ist aber schon drin. 0,0. Dann bricht der Prozessor ab. Und wenn ich jetzt sage, Adresse 0,2,0,0. Go. Dann geht das Licht aus. Ist auch klar, weil er ist jetzt in den Break gelaufen. Und wenn ich jetzt... Warum geht das Licht aus? Weil er dann die 7-Segment-Anzeigen nicht mehr bedient. Weil das Monitor-Programm hat sich aufgehängt. Da läuft ja ein Monitor-Programm nebenher. Jetzt mache ich ein Reset. Jetzt ist ja wieder ein Monitor-Programm. Und wenn ich jetzt auf Adresse 0,0,1,0 gehe... Dann kommt hier 66 raus. Dann kommt hier 66. Und 66 ist erstaunlicherweise die Addition von 5,5-Hacks und 1,1-Hacks. Also 0,0,1,0. Moment, jetzt habe ich gerade irgendwie die Transferleistung nicht verbraucht. Ja, siehste, dachte ich mir, weil du nicht aufgepasst hast. Ich habe auch nicht aufgepasst. Die Zuschauer haben bestimmt aufgepasst. Ja, ich musste dich scharf stellen und du weißt, dass es eine größere Aufgabe 0,2,0,0. Das ist jetzt mal die Standardprogramm-Anfangs-Adresse. Lade-Akkumulator mit 55. Ja. Clear Carry. Ja. Addiere 1,1. Store-Akkumulator Zero Page. Ah, okay. 1,0. Okay, Zero Page ist die mit dem ersten... Das erste Byte 0,0 ist, das ist dann ein Speicher, ein Speichere-Unterbefehl, für den ich nur zwei Byte brauche. Der auch wahrscheinlich dann schneller geht. Der geht deutlich schneller. Und das ist in die Adresse 10 geschrieben. Deswegen kannst du es auch zur Adresse 10 abfragen. Und wenn ich jetzt in die Adresse 10 gucke, steht da das Ergebnis drin. Also 10 immer Hacks. 1,0. Ja. Also eigentlich 16. 66 ist natürlich auch nicht 66 eigentlich, sondern 202. Aber ist jetzt egal. Also er ist derjenige von uns beiden, der das Zeug tatsächlich umrechnen kann. Konnte ich nie. Will ich auch gar nicht. Erst einfach. 6 mal 16. Was habe ich gesagt? Oh, vergiss es. Das war ja falsch. 102. Kannst du doch nicht. 6 mal 16. 96. Aber das ist schön, wenn man eine Weile wartet in der Zeit, weil einige Leute gucken ja das Video und schreiben nicht mehr Kommentare. In der Zeit, wenn ich mich korrigiere, haben schon drei geschrieben, dass das falsch ist. Den Kommentar dann wieder gelöscht. Das ist großartig. Schön, aber auf jeden Fall, es ist Leben im Internet. Und das wollen wir ja nur. Wir wollen ja eigentlich nur Leben schaffen. Ohne Waffen. Jetzt haben wir mal so, mit Waffen kann man das auch anders machen. Da kenne ich mir jetzt nicht aus. Wie sagte der Scharfschütze, bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Jetzt haben wir ja schon mal ein paar ganz wichtige Grundlagen. Ja, jetzt können wir eigentlich schon anfangen, ein Spiel zu programmieren. Könnte man machen, ja. Allerdings dauert es ein bisschen lang. Ich bereite das dann mal fürs nächste Mal vor. Komm, verspreche es nicht, sonst fragen mich wieder da und die Leute. Wann sind die fertig? Dann kommt wieder was. Übrigens, wenn hier sowas abgearbeitet wird im Prozessor, dann wird natürlich, da holt sich der Prozessor die Daten aus dem Programmspeicher, dekodiert sie. Dafür ist natürlich da noch eine Menge Logik drin. Also in der 6502 sind, glaube ich, 4800 Transistoren drin. Holt sich die Daten, dekodiert sie, schaut nach, was der Befehl will, startet dann quasi die Logik, die diesen Befehl auch ausführt. Also wenn ich zum Beispiel addiere sage, werden die Bits hier an der Alu gesetzt, die für die Addition zuständig sind. Wenn ich subtrahiere sage, werden die Bits an der Alu gesetzt, die für die Subtraktion zuständig sind. Dann werden die Daten verschoben, dann wird es berechnet und dann werden die Daten wieder irgendwo abgespeichert. Und dann werden die Program Counter, der Program Counter, der wird dann eins weiter gesetzt. Oder zwei oder drei, je nachdem, wie lang der Befehl ist. Also das läuft alles vollautomatisch in den Prozessor ab. Aber die Struktur ist für alle Prozessoren gleich. Ich habe mal nachgeguckt, der Qualcomm 800 irgendwas, also so ein Octa-Core Snapdragon Prozessor, genau, gut, der Mann, der hat bis zu 10 Milliarden Transistoren. Ja, ist unwesentlich. 10 Milliarden. Der hat hier 4800. In diesem Sinne, lasst das mal sacken. Du bist jetzt fertig. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mal mit Sprüngen und mit Schleifen. Wolfgang bringt da ein Trampolin mit, dann seht ihr ihn Sprüngen. Und weil ich versprochen habe, dass es nicht zu trocken wird, habe ich noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Schnapsbrühen. Nein. Jeder von euch, nein, nicht jeder von euch, die meisten sind zu jung. Also so alte Knacker wie wir, der alte Mann, der hier vor der Kamera sitzt und der nicht ganz so alte, aber genauso vergessliche, der hinter der Kamera steht. Die hatten früher mal, da gibt es ja den Spruch, wie seid ihr eigentlich ins Internet gekommen, bevor es Computer gab? Aber als es dann schon Computer gab, wollten die Großrechner auch gerne miteinander kommunizieren über Telefonleitungen. Das war also der ganz heiße Scheiß Anfang der 70er. Wie verknüpfe ich Rechner über Telefonleitungen? Im Prinzip war das quasi der Start von Telekom und Co. Bin ich schon drin. Modem. Du weißt, was ein Modem ist? Ja. Ich könnte es schon erklären, aber du willst es jetzt nicht wirklich hören. Modulation, Demodulation, da kommt der Name her. Modem moduliert digitale Signale auf eine Telefonleitung und auf der anderen Seite demoduliert das Modem wieder die digitalen Signale in den nächsten Rechner hinein. Und die Mainframes, die es damals gab, also diese riesen Großrechner, die ganze Räume, Säle und sonst was belegt haben, die wollten natürlich auch Daten austauschen. Vielleicht kennt von euch noch jemand die Modems, mit denen man sich früher eingewählt hat. Da hat es immer so gemacht. Und man hat dann schon nach zwei Sekunden gemerkt, oh, das wird nix. Genau, wenn es jetzt dann mehrere Versuche gebraucht haben, man merkt, das wird maximal 2,000, 4,000. Wie ließen die 3 kommen? Die Standardmodems, da gab es doch. Du meinst jetzt nicht die Kommandos oder was? Nein, 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 die hätte der Hersteller. Standardmodems ist jetzt eine gute Frage. Fällt mir jetzt nicht ein. Weil ich hatte... 6.900 baut und jetzt. Die Zeichsel, aber die hatte man nicht, weil die war nicht erlaubt. Und deswegen... Ja, die erlaubten natürlich, ich hatte nur erlaubte Sachen. Also es gab ein paar, die waren erlaubt, die waren unglaublich teuer. Ja. Und ich habe heute mal eins mitgebracht, das war noch unglaublich teurer. Noch teurer. Ja. Also so in der Größenordnung, während der Herr Robel jetzt hier verschwindet, für so ein 14,4er Modem durfte man, wenn es zugelassen war, so 800 bis 900 Mark hinlegen damals. Nicht zugelassen, meistens baugleich, so 4,500 Mark. Natürlich haben selbstverständlich alle die zugelassene Variante gekauft, weil alles andere wäre verboten gewesen. Ja, natürlich. Macht man ja nicht. Praktischerweise war das ungefähr 8,5 Uhr, das Telekom Monopol fiel und wo man dann diese lustigen TAE-Stecker hatte. Und dann aus Versehen soll es deutlich passiert sein, dass sie dann dieser schönen TAE-Dose dann nicht zugelassene Modems kurz angesteckt haben. Ich gebe zurück zu Wolfgang. Das ist ein 24. Robotics, Robotics. Jetzt fällt es mir wieder ein. Groß Robotics. US Robotics Modem. Genau, das war also das Standardteil, das schnellste, was man dann noch kriegen konnte. Zeichsel war in Deutschland sehr gängig. Ja, ja. Tu mich auch. Bei den Bonzen allerdings. Mainframe. Also eigentlich haben, ich komme mal ein paar Kommentare erzeugen. Eigentlich haben bloß diese reichen Schnösel, diese Zeichsel gehabt. Und dann natürlich die 16.8, die Normalmodus waren ja 14.4 und Zeichsel konnte 16.8. Und ich gebe wieder zurück zu Wolfgang, er schaut schon wieder so. Das hier kann 2400, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, umschifft auch dieses Baut-Problem, indem man nur 2400 sagt. Baut. Sehr gut. Ist für 2400 gebaut. In dem Fall stimmt sogar 2400 Baut. Ist ein bisschen unhandlich, hat man aber damals so genommen. Man sieht hinten einen seriellen Anschluss für den Rechner. Ah, ein DTE-Anschluss. Data Terminal Equipment, wie natürlich jeder weiß. Ein Klugscheißer. Nein, nein, ein serieller Anschluss. Und da kommt die Telefonleitung dran. Ja, das war die Zeit, wo dann der Telekomiker, wie man den in den Fachkreisen nannte, dann persönlich vorbeikam und das angeschlossen hat. Der hat das noch richtig mit dem Schraubenzieher gemacht. Das durfte man selber nicht. Da konnte man quasi in den Knast kommen. Genau, das war richtig böse. Und weil man damals noch keine wirklichen Prozessoren hatte, hat man wirklich diesen kompletten Datenverkehr mit ein paar Spezialchips und ansonsten voll digital ausgestattet. Was ich besonders schön finde, sind diese Zebrastreifen-ICs. Zebrastreifen? Ja, hier die Keramik-ECs mit Zebrastreifen. Hätte ich den 4004, den gibt es auch in diesem Gehäuse, also natürlich kleiner, mit 16 Pins, dann würde er 2500 Euro kosten. Spenden nimmt Wolfgang gerne auf seiner Homepage entgegen. Haben wir eigentlich schon mal gesagt, es hat heute nämlich jemand in den Kommentaren gefragt, er hätte deine URL vergessen. Meine URL? Hast du eine übrig oder sollen wir sie irgendwo... Will er sich mit so einem Gerät da einwählen? Nee, falls jemand so etwas übrig hat. Nur URL? Wenn es uns wieder einfällt, weil das lässt langsam nach, dann schreibe ich es unten in die Videobeschreibung. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist albern. Das ist albern. Ich würde nie wagen, albern zu sein. Albern? Also wenn jetzt jemand seine URL nennen würde, wäre das albern, oder? Aber doch, alberner wäre es ja, wenn wir jetzt immer drum herum reden würden und sie nicht nennen würden. Ja, ja. Wäre aber lustig. Weil alle warten irgendwie darauf, dass jetzt jemand was sagt. Was hast du? Ich habe plötzlich zugehört. Ja, ich auch nicht. Sag mal, was sind denn diese riesen Bämbel da rechts, diese schwarzen? Welche schwarzen? Diese hier? Muss ich jetzt hier auch den Doofen spielen, wenn du es von selber nicht erklären willst? Das sind Übertragertransformatoren. Aha. Und zwar für das Telefonnetz, was da halt hinten reingeht. Ah. Das ist ja galvanisch getrennt. Du meinst, man darf das Telefonnetz nicht einfach mit irgendwas koppeln? Nein, nein, nein. Koppeln schon, aber nur halt induktiv. Also nicht direkt. Ja, ja, das sind die Übertragertransformatoren für das Telefonnetz. Aha, und das da vorne, diese Beinstraffung. Ah, und das da? Also diese Beinchen, die hier hochstehen, das sind garantiert Zusatzplatinen, die man da noch einbauen konnte. Wahrscheinlich konnte man das mit einer Zusatzplatine von einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von 2400 Baut auf 4.800 Baut hochsetzen. Mit Netflix-Zugang. Also ich finde es schon faszinierend, dass du da oben drei, also das eine sieht echt aus wie ein Trafo, also du zumindest mal zwei Übertrager hast. Ja. Links oben so ein Modsbembleg an Quarz. Ach der da, ja, ja. Das ist quasi der totale Quarz. Er wollte ja den totalen Quarz, genau. Standardgröße. Ich weiß gar nicht, beim Junior, nee, da habe ich schon einen kleinen eingebaut. Übrigens, das links, das sieht gar nicht so nach Trafo aus, das ist doch bloß eine Abdeckung, oder? Das hier ist... Ist das ein Trafo? Das sieht gerade von der Seite... Nee, das ist ein Trafo. Das ist wirklich der Netz-Trafo. Okay, okay, okay. Das sah jetzt aus über das Bus. Da steht übrigens, du sollst die Power auf, bevor... Ja, ich habe vorsichtshalber mal das Kabel gleich abgerissen. Sehr gut. Ich habe auch nicht vor, das Gerät hier in Betrieb zu setzen. Ich weiß auch gar nicht, wie es funktioniert. Ich habe nämlich keine Unterlagen dazu. Du weißt ja viel nicht. Kann es sein, dass das rechts vielleicht sogar ein Relais ist? Ich sehe, dass das Fernsehen ist. Das hier in der Mitte? Ist das da wirklich Trafo? Weil manchmal hat es ja schon On-Hook, Off-Hook, wie auch immer. Da steht Model 107-782B International Communications Corporation. Okay, ja dann. Jetzt wissen wir es. Also heute heißt das ganze Line-Interface, wenn ihr so eine alte Fritzbox zerlegt, seht ihr das. Da ist so ein Magnetiksteil drin, weil es immer noch galvanisch getrennt ist. Und dann ist noch ein Moff drin. In was? Metall-Oxid, weil es da ist. Achso, als Schutz. Neumodisches elektronisches Bauteil. Gibt es noch nicht so lang. Wenn es Pöf macht, dass das Modem nicht mit Pöf macht. Nicht gleich, jedenfalls. Ja. Ja, hier kann man eine Platine aufstecken. Hier sind sogar so Federn, dass das Ding dann nicht wachst. Also für Hinweise, die zur Ergreifung dieser Platine führen. Ja, also... Und eine Anleitung. Der Hersteller ist ICC, was auch immer das heißt. Das war früher das Kongresszentrum in Berlin. Rackal. Rackaldana. Gibt es ja auch, ne? Was für ein Ding? Rackal. Das klingt... Ist auf jeden Fall ein Monster. Also so ist man früher quasi ins noch nicht vorhandene Internet gekommen. Also es gab natürlich kein Internet. Da haben nur Rechner miteinander kommuniziert, halt über das Telefon. Dafür gab es wahrscheinlich auch nicht wenigstens diese Kompression, weil... Früher gab es ja 2400 MMP4 oder 5, die dann... Ja, ja, genau. Jetzt schaut er schon wieder so. Wenn man sich in Mailboxen eingeloggt hat, dann war immer dieser Moment, wo man sagt, und dann auf dem Bildschirm diese Zeichen erscheinen, wie den schlechten Hacker filmen. Und Text konnte man ja online komprimieren. Und dieses MMP5-Fast, glaube ich, konnte deshalb mit Faktor 2 bis 4, dann konnte man viel schneller durch die Mailboxen durchbrowsen. Ja, also da das Ding hier keinen wirklichen Prozessor hat, glaube ich nicht, dass es komprimieren kann. Wobei ich nicht weiß, was diese beiden ECs hier machen. Die sind ja hübsch, aber deren Funktion ist mir unbekannt und es gibt auch keine Datenblätter dazu. Also, ja, also für ein Service-Manual, wenn jemand eins kennt, darf er, Wolfgang, noch eine Schachtel Schnapsverlinien dazugeben und gerne... Also, das so als Schmankerl. Auf der Homepage, die wir nicht nennen wollen. Bei den nächsten... Was sagst du? Bei den nächsten Folgen zum Thema Assembler-Programmierung bringe ich dann auch immer was Schönes mit, dass es nicht so trocken ist. Es ist einfach Spätzle mit Soße. Alter Schwab, du bist doch gar kein Schwab. Nee, ich bin Bayer. Bei Schwaben, es muss ja alles in der Soße versinken, aber ich glaube, das führt jetzt zu einer größeren Diskussion. Ja, es gibt auch leckere Soße, das ist die sämige, das ist die, die einfach schmeckt und nicht so süffisant ist. Aber es gibt halt Schwaben, die versenken alles in Soße. Ja, es ist manchmal besser, so wie manche Schwaben kochen. Das stimmt, ja, das ist wie mit dem Kartoffelsalat, den die Schwaben nicht... Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich das Essen freiwillig ertränkt. Ich glaube, jetzt haben wir ein paar Dislikes mehr. Gerne, gerne. Haut uns in die Fresse. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen, weil nach unserem Terminplan... Sind wir fertig, sind wir durch. Sind wir fertig. Haben wir noch nicht mehr viel Zeit. Gut, dann... Dann würde ich sagen... Kommentare, in die Kommentare. Wäre keiner von selber drauf gekommen. Ja, sonst... Die Homepage fällt uns wahrscheinlich nicht mehr ein, aber... Meinst du diese www.wolfgangrubel.de? Nee, 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 es muss eine andere gewesen sein, weil die hätten wir ja gewusst. Stimmt. War sicher, also... Dann fällt es mir doch nicht ein. Wenn ihr bestimmte Sachen wissen wollt, einfach sagen, jetzt habt ihr die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf das Programm des nicht-öffentlichen, unrechtlichen Videokanals. Und du wirst wahrscheinlich dann wieder ein halbes Jahr brauchen, das zu realisieren. Nein, ich bin jetzt schneller. Ich bin jetzt voll motiviert. Damit möchte ich jetzt mit einem leichten Grinsen im Gesicht schließen. Ciao. Das war jetzt kein Klatschen. Mal von der Werbung ist... Vielen Dank.